Die Dixer erwacht langsam zum Leben. Ein kleines Bauerndorf, circa 180 Kilometer nordwestlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Keine Straße, keine Geschäfte, kein Strom, kein fließend Wasser. Die 204 Einwohner leben von dem, was ihnen die Erde gibt. Einer davon ist Alemu. Alemu ist 42, verheiratet, Vater von sieben Kindern, Besitzer von sechs Rindern, acht Ziegen, sechs Schafen, sechs Hühnern, einem Gockel und einem namenlosen Hund. Unter dem Militärregime der 80er Jahre wurde das Land unter den Bauern aufgeteilt. Alemus einziges Einkommen kommt von zwei Hektar kargem Land, auf dem er hauptsächlich Getreide anbaut. Sieht man genauer hin, wird klar, dass der Mensch dem vermeintlichen Paradies hart zugesetzt hat. Einst ein gewaltiger und dichter Urwald voller Pflanzen, exotischer Vögel und wilder Tiere. Jetzt eine gerodete und erodierte Steppe, die von Kleinbauern mit selbstgebauten Gerätschaften mühsam bewirtschaftet wird. Bis vor drei Jahren blieben ihm im Monat umgerechnet 15 Euro, um seine Familie zu ernähren. Bei engagiert sich die Hilfsorganisation Menschen für Menschen in dem entlegenen Gebiet und kümmert sich um eine funktionierende Infrastruktur, die den Bewohnern von die DIGSA ein menschenwürdigeres Leben bieten soll. Eine asphaltierte Zufahrtsstraße ist in Planung, die lokale Quelle wurde zum Brunnen ausgebaut und somit die Trinkwasserversorgung gewährleistet. Die Organisation unterstützt die Landwirte mit Setzlingen aller Art. Seitdem baut Alemo zusätzlich zu Getreide und Mais etwas Gemüse an und demnächst Kaffee. 400 Setzlinge hat er im Garten stehen. Alemo ist mittlerweile einer der angesehensten Bauern in die DIGSA. Er verdient nun ca. 1000 Euro im Jahr, genug um seine Familie zu ernähren und die älteste Tochter auf die Universität schicken zu können. Es bleibt sogar ein wenig Überschuss, den er auf dem Markt der nächstgelegenen Stadt weiterverkauft. Ein zweistündiger Fußmarsch über verbrannte Erde, den seine Familie glücklich in Eingriff nimmt.